Hallo Arne, willkommen zum Draht-Fragen-Hagel. Was ist deine Aufgabe hier? Ich kümmere mich rund um die Haustechnik. Kippe oder Kaffee? Kippe. Was müsste passieren, dass du aufhörst zu rauchen? Die Welt untergeht. Hast du Tattoos? Ja. Was ist das an deiner Augenbraue? Ein Piercing. Bist du Fußballverein? Ja. Welcher Verein? FC Köln. Unpünktlichster Mitarbeiter hier im Hause? Cheffe. Event auf oder Abbau? Eher Abbau. Wann stehst du auf? So um halb sieben. Und was ist das Erste, was du machst? Eine Kippe an. Was hast du an deinem Job? Ich liebe ihn eigentlich in allen Belangen. Aktuell ist es nur sehr stressig. Was ist das Beste? Ich glaube, der Umgang mit den Gästen. Das Feedback zu kriegen. Was machst du, wenn du mal frei hast? Viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Reisdorf oder Schreckenskammer? Dann eher Schreckenskammer. Was ist dein Lieblings-Event hier? Tatsächlich Karneval. Deine Botschaft an die Welt? Leute unterstützen uns weiter hier. Und den Rest da draußen, der meint, Krieg führen zu müssen, fuck you. Lach nicht so dreckig. Dankeschön. Das war. Das war. Bis zum nächsten Mal.